Hallo, ich bin da wegen der freien Box, die Sie inserieren. Ja, servus, dann sind Sie richtig, die ist frei. Okay, können wir die vielleicht mal anschauen oder so? Ja, also das ist die Box. Der Pferd kann gleich kommen. Ähm, wie teuer ist denn die Box hier? 6,50 kostet die, 6,50. Okay, ich meine, zeigen Sie mir vielleicht auch nochmal die Koppel, dann kann ich es vielleicht eher beurteilen. Also das ist jetzt die Gemeinschaftskoppel, da sind alle drei Tischpferde hier drauf. Alle. Jetzt gerade sind sie halt drin. Und jetzt fressen die ja auch. Okay, wow, es sieht ja echt sehr groß aus. Und bis dahinten soll die neue Reithalle sein? Ja, es ist die neue Reithalle, fast fertig und ganz ruhig. Okay, also es ist jetzt auch gerade ein bisschen vollgestellt, ne? Also es sieht ein bisschen klein aus. Hi, ihr Stadtleit, ihr Stadtleit, ich brauche eine Zusage. Wollen Sie kommen oder nicht? Also ich glaube für 650 Euro finde ich dann doch vielleicht was anderes. Ja, meine Warteliste ist lang, dann kommt der andere. Ja. 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 Ja.